Und damit herzlich willkommen zum nächsten Parts Let's Play Porcelayton und das Vermächtnis von das Land. Was im letzten Part geschah, wird nun erklärt. Was bisher geschah. Im Herzen von Targentis gelangen unsere Helden zum Obsidian-Turm, in dem sich das Hauptquartier Tarjums befindet. Sie betreten das Gebäude, wohlwissend, dass an dessen Spitze Browneuf auf sie wartet. Was wird dort wohl geschehen? Ja, wir befinden uns mittendrin und sind anscheinend kurz davor, mit ihm zu sprechen. Denn hier haben wir alles erledigt. Und mal lieben, ich würde sagen, auf geht's nach ganz Rom im Obsidian-Turm zu Browneuf. Ich kann gar nicht glauben, dass jemand einen so großen Turm gebaut hat, um eine Säule der Aslandi zu verbergen. Sicher wollte Browneuf damit nichts weiter als seine Macht und sein Reichtum beweisen. Ein schäbiger wie prahlerischer Charakter. Hm, ich wusste ja überhaupt nicht, wie wichtig Asland in dieser Welt ist. Ich auch nicht. Ich frage mich, wenn wirklich jemand das Geheimnis Aslands lüftet, was wird denn aus mir? Ich verstehe deine Besorgnungs-Aurora, aber ein Gespräch mit Browneuf wird sicher einiges aufklären. Ja, ja, du hast recht. Wollen wir hoffen, nur Gutes. An der Spitze, wo die Krähen fliegen. Dort hinter der Tür wird erwarten wollen. Oh, hier Blitzesucker. Das war nicht die Kamera oder so, das war ein Gewitter. Dies müssen Brownes Räumlichkeiten sein. Oh, Schreck, da sieht der Fünster aus. Das Eis hinter diesem Tor. Sehr gut, dann weiter. Erst nachdem wir den hier überwältigt haben. Ich vermute sehr stark etwas ganz Bestimmtes. Und zwar, dass wir hier wieder eine Rätselgrenze haben. Da bin ich mir sogar fast sicher. Von den Rätselgrenzen habe ich schon mal gehört. Das heißt, man kommt erst weiter, wenn man eine bestimmte Anzahl an Rätsel gelöst hat. Und ich hoffe, wir haben genug gelöst. Weil wir haben ja noch sehr viel bei Kiez übrig. Und ich hoffe, dass wir trotzdem reichen, was wir bisher haben. Das sind nämlich genau 75. Alles klar. Ich glaube, hier ist nicht viel, oder? Sind hier noch irgendwelche? Hallo? Da unten vielleicht? Ich suche noch einen Hinweis mit sich. Hier müsste noch eine dritte sein. Oder? Hier war ich schon. Hier war ich ja auch schon. Ich glaube, hier ist keiner weitere, oder? Hier habe ich schon getippt. Wissen Sie, was ich spreche hier einfach mal an? Der hat keine Rätsel. Das ist bestimmt eine Rätselgrenze. Da bin ich mir sogar fast sicher. Den kennen wir sogar schon. Den haben wir einmal als einer kleinen Filmsequenz. Nee, Filmsequenz war es nicht. Als einer kleinen Sequenz mit Bronow und ihm gesehen. So. Professor Herschel-Layton. Sie möchten den Kommandanten sprechen. Ui, wer sind Sie denn? Mein Name tut nicht zur Sache. Ich werde darüber befinden, ob Sie eines Gesprächs mit dem Kommandanten wüldig sind. Ich habe es schon geahnt. Man würde meinen, Sie hätten Besseres mit Ihrer Zeit zu tun. Etwa, Ihren entkommenen Gefangenen zu suchen. Dein, den Archäologen? Der ist nichts weiter als eine Ressource für uns. Ein Werkzeug. Wir verschwenden unsere Energie nicht. Ich bin mehr an Ihren Fähigkeiten interessiert, als ein solcher Art Trivalitäten. Zeigen Sie mir, was Sie vollbracht haben. Los jetzt. Wenn Sie Widerstand leisten, bereuen Sie es nur. Hm, scheint, als hätten Sie zumindest 75 Rätsel gelöst. Das reicht. Ach, okay. Wir haben punktgenau die Rätselmenge, die hier verlangt wurde. Punktgenau 75 Rätsel haben wir gelöst. Das ist ja geil. Das ist jetzt Zufall. Sie müssen ja die ganze Welt danach abgesucht haben. Na gut, treten Sie ein. Der Kommandant erwartet Sie bereits. Dieser McIntosh war der Name, oder? Wir haben immer wieder Leute, die keine Befehle befolgen können und ausbüchsen. Er wollte nur seine Freiheit zurück. Das ist kein Verbrechen. Wir stehen kurz davor, die Macht der größten Kultur der Geschichte zu erringen. Ein Narr, wer so etwas wegwerfen würde. Ein Narr oder ein Schwächling. Es ist simpel. Ohne Stärke und Autorität wäre Tarjan nie zu dem geworden, was es heute ist. Gemein und fies, ne? Aber Sie entführen Leute und erhalten Sie gefangen. Pah, entführen? Es ist eine Ehre für diese Leute, Tarjan auf seiner unruhenreichen Missionen unterstützen zu dürfen. Macht. Das ist das wahre Herz von Tarjan. Und diese Macht liegt in den Händen des größten Kommandanten aller Zeiten, Bronev. Hm. Hm. Fast hätten Sie es geschafft. Ich hätte beinahe meine Fassung verloren. Ich lasse Sie jetzt rein. Sie werden es schon verstehen. Gehen Sie. Nun gut. Ja, meine Lieben. Ich würde sagen, los geht's. Gehe durch die Tür. Ich hoffe, es geht so einfach. Dort drin wartet Bronev auf uns. Sobald wir diese Tür durchschreiten, gibt es keinen Zurück mehr. Seid ihr gewappnet? Wenn unsere Helden durch diese Tür gehen, kannst du an keine anderen Orte reisen, bis das Abenteuer abgeschlossen ist. Was? Ist dann das Spiel schon vorbei? Was? Das glaube ich nicht. Wenn unsere Helden durch diese Tür gehen, kannst du an keine anderen Orte reisen, bis das Abenteuer ab... Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Ist es dann schon vorbei oder dauert es dann so lange? Ne, das glaube ich ja nicht. Also geht's dann? Ich habe schon einiges aus dem Trailer gesehen. Das möchte ich noch mal kurz vor loswerden. Dass wir noch Filmsequenzen aus aslantischen Zeiten mitsehen. Das heißt, wenn wir hier jetzt reingehen, können wir über längere Zeit, das heißt bis das Abenteuer wirklich abgeschlossen ist, nicht mit der Bostonius fliegen. Das heißt, zu Kiez können wir auch nicht mehr, glaube ich. Vermutlich sehr stark. Tritt also erst ein, wenn du nichts mehr an anderen Orten zu erledigen hast. Willst du durch diese Tür? Das mit Kiez? Vielleicht können wir noch später irgendwie durch eine andere Art Rätsel lösen. Wir gehen erst mal durch die Tür. Das haben wir uns verdient auf jeden Fall. Los geht's. Klar sind wir gewappnet, Professor. Jetzt holen wir uns das Ei zurück und lösen das Geheimnis von das Land. Gut. Los geht's. Dort drin wartet also Bronoth auf uns. Wenn wir uns den letzten Aura-Stein von ihm zurückholen können, werde ich mich sicher wieder an alles erinnern. Ja, der Moment ist endlich gekommen. Jetzt bin ich echt verdammt gespannt. Los geht's. Ja, das ist sein Hauptquartier. Das kennen wir aus der Sequenz mit Albatross und Bronoth höchstpersönlich. So, so, nun seid ihr endlich hier. Wie gefällt Targentis, äh, wie gefällt Targentis meinen werten Gästen? Bronoth, sie niederträchtiger Schurke. Sie werden für ihre Taten büßen. Oho, und wir haben sogar ungeladene Gäste unter uns. Als hätte ich muß, um mich mit der hergelaufenen Nacht zu unterhalten. Nein, nein, Professor Layton, auf Sie habe ich gewartet. Ich will, dass Sie sich Targent anschließen. Wie meinen? Was hat er vor? Hören Sie nicht auf ihn. Nur keine gespielte Überraschung. Bitte. Professor Layton, der berühmte Archäologe, weiß gewiss, was hier auf dem Spiel steht. Macht, Weisheit, mehr als man sich heute überhaupt ausmahnen könnte. So etwas übt sich ja eine immense Faszination aus. Das Streben nach Wissen ist ein nobles Ziel. Doch nur, wenn es ein Streben in Freiheit bleibt und niemandem Schaden zufügt. Pah, eitles Geschwätz. Und dabei sind Sie nur hier, um das Relikt von das Land an sich zu reißen. Sie und ich, wir unterscheiden uns kaum. Wir sind nicht wie Sie. Wir wissen, was Freiheit wert ist. Wieso sollten wir uns da von Ihnen versklaven lassen? Freiheit? Ha, bedeutet Ihnen Individualität so viel, dass Sie sich weigern, gemeinsam auf ein höheres Ziel hinzuarbeiten? Doch lassen wir die Zanke rein. Wie wäre es mit einem Spiel? Ich möchte den großen Professor Layton zu einem simplen Münz-Duell herausfordern. Der Siege erhält das Ei von das Land. Na? Ich nehme an. Erklären Sie mir die Regeln. Hier liegen 24 Münzen nebeneinander. Wir werden, äh, wir beide werden abwechselnd Münzen wegnehmen. Es dürfen jeweils eine, zwei oder drei Münzen in einem Zug entfernt werden. Wer die letzte Münze nimmt, gewinnt. Das ist alles. Ein Spiel also, in dem sich Vorausdenken bezahlt macht. In der Tat. Dann wollen wir beginnen. Ich überlasse meinem Kontrahenten die Wahl, wer von uns zuerst am Zug ist. Ja, es hat bestimmt was Wichtiges an sich. Ich ziehe als Erster oder Browneth zieht als Erster? Das ist die große Frage. Bei 24 Münzen. Eins, zwei, drei. 24 ist eine wunderschöne Zahl, äh, die sich teilbar lassen kann. Teilen lassen kann. Ähm, drei durch acht. Ich kann nur raten. Ich glaube erstmal, ich ziehe als Erster. So. Jetzt beginnt das schöne Spiel. Löse das Rätsel. Quasi eine andere Art des Rätselbälls. Also dann. Ich nehme erstmal zwei. Oder? Kann ich für mich ja Notizen machen? Ich probiere es einfach mal. Sehr schön gemacht. Zwei. Ha! Er nimmt auch zwei. Also dann. Drei nehme ich jetzt mal. Ich probiere es nur aus. Sehr interessant gemacht. Ha! Ich glaube, ich sollte das nicht mal vorlesen, weil das ist immer dasselbe. Jetzt nimmt da eine. Dann nehme ich mal eine. Ich muss nur noch zehn, wie viele wir haben. Ha! Nimmt da drei. Jetzt haben wir noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Ich muss jetzt intelligent vorgehen. Die letzte muss ich nehmen. Ich gehe erst mal auf die drei. Das ist zwölf Stück sind. Aber er bereitet bereits alles vor. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Nehme ich jetzt mal zwei. Ich muss jetzt gut aufpassen. Der nimmt zwei. Ja, das war auch nicht dumm. Jetzt habe ich nämlich verkackt. Da hätte ich drüber nachdenken müssen. Ich kann jetzt eins, zwei oder drei nehmen. Er wird die letzte nehmen. Ich mache es nochmal neu. Und ich kann jetzt sogar auswählen, wer nimmt. Ich lasse mal Bronef jetzt als erstes ziehen. Löse das Rätsel. Uiuiuiui, ist das spannend. Der nimmt die ersten drei. Der nehme ich auch erst mal die ersten drei. Wir wollen uns mal ein bisschen beeilen. Ich muss genau aufpassen, wie viele Münzen zuletzt sind übrig bleiben. Nehme ich jetzt mal zwei. Wie viele nimmt er dann? Eine. Nehme ich auch mal eine. Weil ich es jetzt schaffe, sechs zu nehmen. Ne, ich darf ja keinen Fehler machen dabei. Er bleibt bei einem. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn sind es jetzt. Hm. Ich bleibe bei einem. Vielleicht nimmt er auch nur eine. Wenn ich jetzt so weitermache. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Nehme ich jetzt mal zwei. Jetzt sind es sechs. Ne, jetzt zwei macht oder? Ich bin mir sicher, ich nehme zwei. Ach, zwei. Oh Gott, ich bin so dämlich. Hätte ich doch mit rechnen müssen. Nochmal neu. Oh Mann. Ich bin auch ein Idiote. Ich fange jetzt übrigens an. Da gibt es einen Trick dabei, da bin ich mir sicher. Ich muss bei einem bestimmten Zug gewisse Anzahlen an Münzen nehmen. Okay, auffällig ist, dass wenn er zuerst zieht, dass er dann immer so viele nimmt. Und wenn ich dran bin, nimmt er immer so wenig. Hm. Jetzt sind da drei. Dann nehme ich jetzt auch mal drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Acht sind es jetzt. Jetzt muss ich aufpassen. Ne, wenn ich jetzt zum Beispiel drei wegnehmen würde, ne, und er nimmt eine weg, dann habe ich ein Problem. Das schaffe ich nicht. Wenn ich jetzt zwei wegnehme, nimmt er zwei weg, dann habe ich auch verkackt. Ich kann nur eine mitnehmen, um weitermachen zu können. Nehmt drei mit. Ja, keine Chance. Das ist die große Gefahr. Wenn ich es schaffe, auf vier Münzen zu kommen, dann habe ich es geschafft. Das ist das große Ziel, was ich jetzt verfolge. Ich muss es schaffen, nach meinem Zug auf vier Münzen zu kommen. So, ich gehe auf drei. Nach meinem Zug muss ich auf vier Münzen kommen. Das ist das große Ziel. Das muss ich jetzt im Auge behalten. Ich gehe jetzt mal so schnell wie möglich nach vorne. Ich hoffe, das wird nicht allzu schlimm sein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Ich nehme jetzt mal zwei weg. Ha. Ich glaube, der Part wird heute noch ein bisschen länger. Oder ich mache einfach noch einen weiteren Part. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ich nehme einen weg. Ja, das könnte ich dann schaffen. Oder? Nein, könnte ich nicht. Oh Mann. Das hätte ich nicht schaffen können. Wie macht er das nur? Und wie mache ich das dann? Ich lasse Bronow jetzt mal zuerst ziehen. Das ist echt verdammt schwierig. Ich werde jetzt mal so wenig wie möglich mitnehmen. So wie er es gemacht hat. So, und der zwei. Das mache ich dann auch. Oi, 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 oi. Das ist nicht so einfach. Eine. Nämlich auch eine. Zwei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Jetzt nach diesem Zug. Nehme ich jetzt zwei. Und elf. Zwei. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ich glaube, ich habe jetzt schon verkackt. Ja, ich habe jetzt schon verkackt. Ich habe acht. Dazu darf es nicht kommen. Mein Lieben, ich glaube, ich werde folgendes machen. Ich werde jetzt den Part bänden. Im nächsten Part geht es dann weiter. Mit diesem wunderschönen Münchspiel. Ich werde einfach mal anfangen. Im nächsten Part geht es dann offiziell weiter. Hier in diesem schönen Spiel. Bis dann und auf Wiedersehen. Bis dann.